Guten Abend miteinander. Heute darf ich euch vier neue Funktionen vorstellen auf der Burner Map, die jetzt soeben online gegangen sind. Und zwar zwei davon drehen sich ums Handy. Die erste Funktion, das war eine Funktion, die oft gewünscht wurde, insbesondere auch am letzten Webinar, wo ganz viele teilgenommen haben und ist echt cool, nämlich wir nennen sie Klarsichtmodus. Manchmal ist man am Fliegen oder man will einfach nur die wichtigsten Dinge sehen auf der Burner Map und dann sieht man eben all diese Dinge, diese Labels und so weiter, die auf der Karte sind. Neu kann man einfach lange draufdrücken und dann wird der Klarsichtmodus aktiviert und so sieht das absoluter Hammer aus. Die wichtigsten Labels sind alle noch da, also die ganzen manuellen Zonen, aber Startplatz, Label, Landeplatz und so weiter auch. Bei ganz vielen Zonen sind solche Labels dann weg. Um das zu deaktivieren, diesen Klarsichtmodus, wieder lange draufdrücken und schon ist wieder alles da. Absolut cool. Zum nächsten. Beim zweiten Thema geht es auch um was Cooles und zwar wurde heute die Burner Map App für den Play Store released und da drin ist was ganz Neues und zwar Live-Tracking auf den Android-Handys. An sich ist das nicht neu, aber neu ist, dass das nun auch offline funktioniert. Das heisst, du stellst dir vor, du fliegst irgendwo, du hast Mobilfunkverbindung, du fliegst etwas weiter, etwas höher und dort hast du keine Mobilfunkverbindung mehr. Der Track wird trotzdem aufgezeichnet und, sobald du wieder Mobilfunk hast, weitergereicht auf die Webseite. Und so gibt es ein richtig cooles Tracking, unabhängig des Mobilfunkempfangs. Auf zum dritten. Die dritte Funktion ist etwas, was ich mir ganz lange gewünscht habe. Und zwar, dass man IGC-Files direkt auf der Burner Map visualisieren kann. Man kann neu ein IGC-File einfach auf die Karte ziehen, die Karte zentriert und man kann sich dann dieses IGC-File mit den Farben, mit den Thermikkreisen usw. anzeigen. Natürlich ist es auch möglich, die Hintergrundkarte zu wechseln oder z.B. die Thermik-Hotspots einzublenden usw. Alles innerhalb dieser Burner Map. Nun, es geht aber noch etwas weiter. Und zwar, man kann auch mehrere IGC-Files auswählen, in dem Fall vier Stück, und kann nachher alle vier IGC-Files miteinander auf dieser Karte anschauen und kann etwas sehen, wo es gute Linien gehabt hat, wo es weniger gute Linien gehabt hat, wo es Thermik-Spots gehabt hat usw. Also, viel Spass damit und nun zum Punkt Nummer 4. Bei Punkt Nummer 4 geht es um YouTuber. Es gibt ganz viele YouTuber in der Glideshow-Branche, die wirklich coole Videos machen, insbesondere wo die Start- und Landeplätze und auch die Flugrouten zu sehen sind. Und ab sofort unterstützen wir diese. Man kann direkt, wenn man z.B. einen Hiken-Fleisch-Stadtplatz wählt, kann man draufklicken und sieht neu direkt einige YouTube-Videos. Diese YouTube-Videos werden von den YouTubern eingereicht, bei uns mit der ID dieses Startplatzes und werden dann so verlinkt. Und so kann man sich einen guten Eindruck verschaffen, auf was man sich einlässt, wenn man dieses Hiken-Fleisch-Stadtplatz besucht. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spass. Hört uns zu, morgen am Webinar zum Thema Burn-A-Map-Thermik-Prognose. Sehr spannend, wie mit Herrn Liechti, der uns hier etwas Eindrücke in diese ganze Thematik geben wird. Also, viel Spass und einen schönen Abend.